Musik Ich möchte dich herzlich einladen, bei unserer Konferenz Overflow dabei zu sein. Overflow, überfließend. Wir haben diese Konferenz vom Herrn aufs Herz gelegt bekommen, weil uns bewusst ist, in Europa leben 740, 750 Millionen Menschen und die wenigsten von ihnen haben das Evangelium jemals so gehört, dass sie es wirklich verstanden haben. Viele haben irgendwelches christliches Brauchtum gehört oder Kirche oder irgendwas, aber das Evangelium, das reine Evangelium, die Botschaft der Errettung und Erlösung in Jesus Christus. Und gleichzeitig wissen wir, dass der Herr sagt, er wird in Europa, auch in Deutschland, gewaltiges tun. Und Menschen werden in großen, großen Zahlen sich ihm zuwenden, werden gerettet werden. So, und darauf wollen wir uns vorbereiten, darauf wollen wir uns fokussieren und deshalb diese Konferenz, damit der Herr wirklich uns in einen echten Überfluss, auch als Christen, in Europa hineinführt. Diese Konferenz ist für uns sehr strategisch. Wir haben einige ganz interessante Sprecher gewinnen können und wir glauben, dass der Herr wirklich uns den nächsten Step hineinführt, in das, was er für uns hat. Wie immer bist du herzlich eingeladen, mit Schofar, mit Bannern, mit Fahnen dabei zu sein. Wir wollen den Herrn sehr preisen und Zeit im Lobpreis verbringen. Wir werden Teachings haben. Und es ist diesmal so aufgebaut, wir haben die Abendgottesdienste und den Sonntaggottesdienst kostenlos, aber es gibt an zwei Tagen Seminare, verschiedene Seminarblöcke und dafür haben wir eine kleine Gebühr von 48 Euro pro Person erhoben und die lohnen sich. Die lohnen sich. An Seminaren haben wir unter anderem dabei die Wichtigkeit von Prophetie heute. Dann Flaggenworkshops, Businessworkshops, etwas zum Thema Prophetic Art und auch, und das ist einer der großen Schwerpunkte bei dieser Veranstaltung, dieser Konferenz, Grundlagen zum Befreiungsdienst. Heilung wird ein wichtiges Thema sein und dann auch Praxis zum Befreiungsdienst. Weißt du, Befreiungsdienst, wir merken, das ist etwas, was der Herr uns aufs Herz legt. Es ist etwas, was wir alle als Christen darüber informiert sein sollten. Und gleichzeitig gibt es so gut wie keine Lehre, so viel Verwirrung, so viel Furcht davor. Wenn dich das Thema interessiert, sei dabei. Du wirst es nicht bereuen. Es wird dich weiterbringen in deinem Glaubensleben mit dem Herrn. Wir sind sicher, dass diese Zeit eine große Freiheit haben wird und dass sie uns segnen wird, hineinzugehen in das, was der Herr mehr für uns hat. Wir beginnen am Himmelfahrtstag, das ist der Donnerstag, 30. Mai, haben dann an dem Freitag und den Samstag die ganzen Tag Programmen mit Seminaren und Abendveranstaltungen, werden die Zeit wirklich genießen können und am Sonntag dann einen großen Abschlussgottesdienst. Wie immer in der Arena in Rotenburg, an der Fulda und wie gesagt, ich lade dich ein, dabei zu sein und ich bin sicher, dass du es nicht bereuen wirst, dass du es nicht bedauern wirst. Es ist gut investierte Zeit und es ist strategisch, jetzt dran, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich würde mich freuen, dich dort zu begrüßen. Bis dahin! Bis dahin!